Plötzlich Papas Eine One-Shot-Wolf-Star-Fanfiction von Natalia Denner Guten Morgen, Liebling! Sirius krummelte nur verschlafen. Guten Morgen, Liebling! versuchte Remus es noch einmal, doch Sirius zog es immer noch vor, nicht zu reagieren. Remus überlegte einfach, da weiterzumachen, wo sie gestern Abend aufgehört hatten, andererseits würde er Sirius damit irgendwie belohnen. Aber jemand, der um 12 Uhr mittags nicht einmal seinem Freund ordentlich Guten Morgen sagen konnte, wobei diese Begrüßung ja eigentlich ohnehin inkorrekt war, eben wegen besagter vorgeschrittener Uhrzeit, nun ja, jedenfalls verdiente dieser jemand keine Belohnung. Eher eine Bestrafung. Gedacht? getan. Remus rutschte aus dem Bett, schnappte sich seinen Zauberstab, zog Sirius die Decke weg und beschwor einen großen Eimer mit einer Menge Wasser herauf. Sehr, sehr kaltem Wasser. Guten Morgen, Liebling! gab es Sirius eine letzte Chance, den ganzen Tag angenehmer zu beginnen als nass und frierend. Sirius begriff den Ernst der Lage jedoch immer noch nicht. Es schien ihn nicht einmal zu kümmern, dass er inzwischen ohne seine warme, flauschige Decke schlafen musste. Mit einem süffisanten Grinsen schwang Remus seinen Zauberstab. Schmollend, plitschnass und hellwach saß Sirius nun im Bett, verschränkte die Arme vor der nackten Brust und warf Remus einen vorfußvollen Blick zu. Bevor Remus anfangen konnte, hinaus zu lachen, ertönte ein weiterer Schrei aus dem Zimmer, das ihrem gegenüber lag. Tonks! Weder Remus noch Sirius nahmen sich die Zeit zu merken, dass der Schrei sich überhaupt nicht nach einer erwachsenen Frau angehört hatte, sondern rannten einfach so wie sie waren aus der Türe, über den Flur und in Tonks Zimmer. So wie sie waren, hieß im Falle von Sirius natürlich immer noch nass, was die Boxshorts dazu brachte, ganz eng an seinem Hintern zu kleben. Normalerweise würde Remus sich seinen Freund bei diesem verführlichen Anblick schnappen, sofort zurück ins Bett tragen und er selbst trug wenigstens eine Schlafanzugshose. Tonks Zimmer sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Pergamente, darunter anscheinend auch Berichte über den Orden und das Ministerium lagen auf dem Schreibtisch, dem Bett, dem Schrank, sowie auch unter sämtlichen Möbelstücken, gemeinsam mit einer bunten Auswahl an Kleidung, leeren Süßigkeitspapieren und Büchern. Nur Tonks Zauberstab befand sich ordnungsgemäss und gut erreichbar auf ihrem Nachttisch. Mädei wäre stolz auf sie. Nymphadora Tonks selbst allerdings schien verwundert zu sein, beziehungsweise nicht verwundert, geschrumpft. Oha, brachte Sirius geschockt heraus. Remus, sonst deutlich wortgewandter als ein Freund, nickte nur stumm. Oha, murmelt auch er. Als wäre die Situation nicht schon schlimm genug, erschien in diesem Moment ein Patronus vor ihnen. Der silberne Phönix grinste sie beinahe an, während er mit Dumbledores Stimme sagte, Die Todeser scheinen zu ahnen, wo sich das Hauptquartier befindet. Wir werden die Versammlung erst einmal woanders abhalten, bis ich dazu komme, noch eine Ladung Schutzzauber über das Haus zu legen. Da ich im Moment jedoch sehr beschäftigt bin, muss ich den Grimauplatz leider komplett verriegeln. In ein paar Tagen komme ich dann wegen der Schutzzauber vorbei. Remus und Sirius tauschten einen setzten Blick. Verriegeln? Das hieß, sie kamen nicht mehr hinaus und kein anderer kam mehr rein. Ausgerechnet jetzt? Natürlich ging Sicherheit vor, aber mussten diese Mistkerle von Todessern sich ausgerechnet diesen Zeitpunkt aussuchen, das Hauptquartier zu finden? Was machen wir denn jetzt? Haben wir überhaupt noch genug Essen im Haus? Remus ignorierte Sirius' pannische Fragen und machte stattdessen ein paar vorsichtige Schritte auf das Bett zu. Vor demselbigen ging er in die Hocker. Kritisch runzelte er die Stirn, streckte seinen Finger aus, sah zu, wie das Baby nach diesem Finger griff und begeistert damit herumwedelte. Das Baby, das einmal Nymphadora Tongs gewesen war. Wobei, so ganz stimmte diese Aussage nicht, denn die Haarfarben des Babys, das immerhin alt genug zu sein schien und zu sitzen und zu krabbeln, wechselten fröhlich wild durcheinander. Es musste sich also immer noch um Tongs handeln, nur eben... Ach, geschrumpft! Mutti, wir haben Tongsi geschrumpft! Andromeda bringt mich um! Jammer Sirius im Hintergrund, während Remus' fasziniertes Baby betrachtete. Andererseits... Der Tonfall seines Freundes ließ sämtliche Alarmglocken bei Remus schrillen, denn es handelte sich um Sirius' Rumtreiberstimme, wie die Lehrer es genannt hatten. Nun ja, jetzt können wir sie Nymphadora nennen, ohne dass sie uns dafür... Remus' schmerzerfülltes Lufteinziehen unterbrach ihn effektiv. Baby Tongs hatte den Finger, den sie noch immer in ihrer kleinen Hand hielt, zusammengequetscht. Ihre Augen funkelten. Nenn mich niemals Nymphadora, schien dieser Ausdruck zu besagen. Remus lächelte. Ich glaube, Tongs ist nicht ganz so klein, wie wir dachten. Sirius hockte sich jetzt ebenfalls hin, doch Tongs wandte sich beleidigt von ihm ab und krabbelte Remus entgegen. Beziehungsweise, sie krabbelte Richtung Bettkante. Remus fing sie auf, bevor sie hinunterfallen konnte. Wie meinst du das? Zur Verdeutlichung seiner Theorie fing Remus einfach an, mit dem Baby zu reden, wofür ihm von Sirius ein schräger Blick zugeworfen wurde, der sich jedoch schnell in Verständnis wandelte. Du steckst immer noch da drin, richtig? Du weißt, wer wir sind, wie du heisst, wo wir uns befinden. Dein Körper ist geschrumpft, oder besser gesagt, hat sich zurückentwickelt, dein Geist jedoch nicht. Oder dein Gehirn. Oder was auch immer. Tongs nickte energisch. Als Remus ihr erneut den Finger hinhielt, schnappte sie, wie schon beim ersten Mal, schnell zu und wollte ihn sich diesmal sogar in den Mund stecken. Lass das lieber, versuchte Remus seiner kleinen Kollegin dieses Vorhaben auszureden, während Sirius anfing, haltlos zu kichern. Sie scheint tatsächlich noch Tongs zu sein. Also so richtig. Aber das wird immer wieder von den Babyreflexen und Gewohnheiten überlagert. Stimmt's? Es stimmte. Tongs weigerte sich standhaft, sich von den Männern den Schlafanzug anzuziehen und normale, natürliche, magische, geschrumpfte Kleidung anziehen zu lassen. Dafür reagierte sie auf den Kuschelpanda, den Sirius als eine Socke zauberte, noch begeisterter als auf den Finger und fing sofort an, die Nase des Pandas zu besabbern. Nach einiger Zeit schien ihr aufzufallen, was sie da tat, und sie schmissen den Panda weit von sich. Schon zum zweiten Mal an diesem Tag traf Remus ein vorwurfsvoller Blick. Gut, dann bleibst du im Schlafanzug. Frühstück? Jeder Zauberer wusste, dass man so wenig Magie wie möglich auf Babys anwenden sollte, deshalb wagten sie es nicht, den Schlafanzug zu verwandeln, während Tongs ihn trug. Das nächste Hindernis trat auf, als sie Tongs hochheben und die Treppe hinuntertragen wollten. Vollkommen überzeugt davon, immer noch problemlos oder eben so problemlos, wie es bei einer Nymphadora Tongs möglich war, laufen zu können, rutschte sie aus dem Bett, sich dabei nur widerwillig von Remus schützen lassend. Den Weg zur Türe legte sie krabbelnd zurück. Remus neben ihr, Sirius hinter ihr. Dann kam die Treppe. Wütend erkennend, dass sie nicht lange genug stehen bleiben konnte, setzte Tongs sich schliesslich auf den Hosenboden und stieß sich von der obersten Stufe ab. Mit einem lauten Plums, das Gesicht verziehend, landete sie auf der Stufe darunter. Sirius, der sich wieder daran erinnerte, von seiner Cousine die Ohren langgezogen zu bekommen, wenn Tongs in seiner Gegenwart und besonders in dieser Gestalt etwas passierte, hob das Baby trotz lautstarken Protestes hoch. Hm, ihr Blacks seid schon immer dirköpfig gewesen, merkte Remus blustig an, als einer von Tongs kleinen Fäusten Sirius am Kiefer traf. Sein Freund ignorierte diese Aussage. Tongs auch. Sie war zu sehr damit beschäftigt, sie dagegen zu wehren, dass Sirius sie in den gerade erschafften Babystuhl setzte. Jetzt mal ehrlich, Moni. Warum ist sie ein Baby? Remus, der gerade mit dem Kopf im Schrank steckte, um ganz hinten wenigstens noch etwas Toast und Banane zu entdecken, antwortete, Fluch oder Trank. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Sirius streichelte ihm im Vorbeigehen über den Hintern, was Remus normalerweise zum Anlass genommen hätte, den Küchentisch zwecks zu entfremden. Diesmal jedoch ging er beinahe in die Luft bei der Berührung, stieß sich deshalb den Kopf an einem Regalbrett und fauchte seinen Freund an. Dir ist schon klar, dass wir eben erst festgestellt haben, dass Tongs kein gewöhnliches Baby ist, oder? Sie versteht alles, was sie sieht und hört, weil sie größtenteils immer noch sie selbst ist. Merlin sei dank Kämpfer-Tonks immer noch mit dem Babystuhl, Sirius seufzte nur und zauberte sich nach Remus' Mahnung auch endlich mal trocken. Ich glaube nicht, dass es Tongs stören würde, wenn sie es wüsste. Wumus hat Animagus für menschliche Ohren nicht hörbar, doch Remus mit seinen verschärften Sinnen verstand ihn. Du wolltest es geheim halten, damit Severus nicht noch mehr Munition gegen uns in die Hand bekommt, erinnerte er seinem Freund. Dann setzte Remus sich neben Tongs an den Tisch und versuchte, sie zu füttern. Dummerweise sah er, von dem kleinen Disput mit Sirius abgelenkt, Tongs entsetzten Blick nicht, während er die Banane schälte. Er schnitt die gelbe Frucht klein, zermatschte die einzelnen Stücke und tauchte den Löffel in den Bananenbrei. Hey Mooney, du kannst Tongs jedoch keinen Brei füttern. Sirius hielt dem Baby eine Tasse Kaffee mit Strohhalm hin. Bist du irre? Halb belustigt, halb entsetzt, verhinderte Remus gerade so, dass Tongs sich den Strohhalm griff. Sie ist ein Baby. Du kannst ihr keinen Kaffee geben. Und doch, ich werde sie mit Brei füttern, weil sie kaum Zähne hat und noch nichts beißen kann. Sirius dachte kurz über dieses Argument nach. Dann nickte er zustimmend. Aber füttern? Sie weiß doch, wie man Besteck hält. Seufzend widerstand Remus dem Drang, mit dem Kopf auf die Tischplatte zu schlagen. Stattdessen drückte er Tongs den Löffel in die Hand, welchen sie prompt fallen ließ. Auch der zweite Versuch endete mit Banane und Löffel auf Tongs und Boden. Beim dritten Mal schaffte sie es, den Löffel festzuhalten, lenkte ihn irgendwie Richtung Mund, traf jedoch nicht. Erinnerst du dich an gar nichts mehr, was Lily uns über Babys erzählt hat? Harry konnte auch noch nicht mit Besteck essen, bevor die beiden... Tongs mag noch wissen, wie es theoretisch geht, ja, aber sie besitzt jetzt die motorischen Fähigkeiten eines Babys. Meinetwegen auch Kleinkindes. Keine Ahnung, wo man da die Grenzen zieht. Jedenfalls funktioniert es nicht, wie du siehst. Sowohl Sirius als auch Tongs unterließen nach dieser Erklärung jeglichen Protest, sodass sie friedlich essen konnten. Zumindest für einige Minuten. Remus brauchte eine Weile, um sich das folgende Ereignis später zu erklären. Er kam zu dem Schluss, dass Tongs als Kind Bananen gemocht haben musste, im Jugend- oder Erwachsenenalter dann aber eine Abneigung gegen dieses Obst entwickelt hatte. Solange wie Tongs einfach nur ein Baby war, das Hunger hatte und deshalb brav den Bananenmatsch runterschluckte, ging alles gut. Dann hörte die instinktive Phase auf und Tongs Verstand meldete sich wieder. Damit auch die Erinnerung, dass sie Bananen nicht mochte, oder besser gesagt, hasste. Nymphadora! Empört wischte Remus sich spuckegetränkte Bananen aus dem Gesicht. Sie hing in seinen Haaren, seinen Augenbrauen, auf seinen Wangen. Ha, 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 20 Punkte für Hufflepuff, krüllte Sirius lachend. Anvisiert, gezielt und getroffen. Genial, Kleiner! Er hielt Tongs die Hand für ein High-Five hin, in das sie ungelenk einschlug. Diese Aktion wirst du spätestens dann bereuen, wenn du wieder groß bist, prophezeite Remus und lächelte. Er konnte sich bildlich vorstellen, wie Tongs wieder ganz sie selbst war und sich dann daran erinnerte, Remus mit Banane vollgespuckt zu haben. Abgesehen davon war es einfach unmöglich, diesem süßen Baby lange böse zu sein. Sind das da eigentlich Knuddelmoves auf ihrem Schlafanzug? wollte Sirius auf einmal wissen und knief die Augen zusammen. Ja, eindeutig. Großcousinchen, jetzt haben wir ein Druckmittel gegen dich in der Hand oder soll Moody erfahren, in was für einem Outfit du schläfst? Die beiden Rumtreiber lachten bellend. Tongs schob erst bleidigt die Unterlippe vor, dann lachte auch sie. Apropos schlafen, fiel es Remus nach dem Frühstück ein. Diese Nacht ist Vollmond. Automatisch wanderten ihre Blicke erst zum Fenster, dann zu Tongs. Creature könnte auf sie aufpassen, schlug Sirius vor. Gleich nachdem er einkaufen war, er nahe geschüttelte Remus den Kopf. Nein, egal was du ihm verbietest und befiehlst, er wird trotzdem ein Schlupfloch finden, um Tongs sich selbst zu überlassen, zu den Todessern zu bringen oder sonst etwas. Nein, du wirst die Wache übernehmen. Als Baby kennt sie tatsächlich schließlich noch nicht. Nachdenklich sah Sirius ihn an. Und du? Du wärst die ganze Nacht alleine. Remus zuckt mit den Schultern. Ich nehme doch den Trank. Du schließt mich in unserem Zimmer ein, ich heule ein bisschen den Mond an und gut ist. Auch wenn ihm nicht ganz wohl dabei war, sich im gleichen Haus wie ein Baby zu verwandeln, aber in den Ferien war er auch im Grimauplatz geblieben und die Weasleys lebten alle noch. Eben! Sirius wirkte plötzlich begeistert. Du nimmst deinen Trank! Nein! schnitt Remus ihm das Wort ab, bevor Sirius seinen absurden Vorschlag äußern konnte. Auf gar keinen Fall! Damit war das Thema für ihn erledigt. Für Sirius auch, denn er kannte Remus gut genug, um zu wissen, ab wann er ihre Beziehung mit dieser unnötigen Diskussion belasten würde. Tonks allerdings beugte sich mit großen Augen zu Remus vor. Moony! bettelte sie beinahe. Moony Gucken! Während Remus lediglich eine Augenbraue hochzog und auch ihr, so süß dieser Gesichtsausdruck auch war, eine klare Absage erteilte, Tings hielb es wieder an zu lachen. Sie hat gerade ihr erstes Wort gesagt, klugte der Animagus. Moony, das muss doch was bedeuten! Remus und Tonks schauten den Tritten im Wunder mit vollkommen identischen, verwirrenden Gesichtsausdrücken an. Sag mal, kann es sein, dass du ihm Remus verknallt bist? fragte Sirius seine Großcousine. Kennst du noch? Du kannst so etwas doch nicht fragen, während sie ein Baby ist und weder in der Lage dazu ist, wegzurennen, noch in ganzen Sätzen zu antworten. Fauchte Remus fassungslos und ein bisschen erschrocken, denn es wäre eine Katastrophe, wenn Tonks wirklich, nein, Jesus holte sie, aber falls doch, dann müsste er ihr erklären, dass sein Herz bereits vergeben war an ihren Großcousin. Grossartig. Anscheinend lag Sirius mit seiner Vermutung jedoch komplett daneben, denn Tonks kam gar nicht mehr aus dem Kopfschütteln heraus. Ihre pinken Haare standen ihr in wilden Igelstacheln vom Kopf, ihre Wangen waren rosa angelaufen, ihre dunklen Augen funkelten wütend. Remus erhnte, dass sie als ihr drittes Wort geiler Idiot gesagt hätte. Idiot wollte auch er Sirius herzlich gerne nennen, als dieser die Tür zum Schlafzimmer öffnete, nachdem der Mond bereits aufgegangen war. Was zur Hölle? Er sollte bei Tonks sein, dachte sich Remus, konnte jedoch nicht mehr von sich geben als ein aufgeregtes Knurren. Seinen Freund endgültig verfluchend erkannte er keine zwei Sekunden später, dass Sirius doch tatsächlich nicht alleine kam. Er trug Tonks auf dem Arm. Keine Sorge, Moni, ich würde sie nicht mitbringen, wenn ich dich wüsste, dass du mit dem Trank vollkommen harmlos bist. Für so verantwortungslos hatte Remus den anderen auch nicht gehalten. Trotzdem würde Sirius die nächsten Tage auf dem Sofa schlafen. Oh! Kaum setzte Sirius die Kleine ab, rannte sie schwankend auf Remus zu, fiel nach drei Schritten auf die Nase und krabbelte weiter. Vorsichtig, sämtliche Nerven zum Zerreissen gespannt, wartete Sirius ab, wie Moni auf das Baby reagierte. Zum Glück wirkte der Trank genauso, wie er wirken sollte und Moni ließ sich das Fell streicheln, ohne dabei gleich ein oder zwei Körperteile oder gleich die ganze Tonks zu fressen. Sirius verwandelte sich jetzt auch. Remus legte sich vor Tonks auf den Boden, damit sie inzwischen den Ohren kraulen konnte und oh man, war das angenehm. Sirius zwinzelte. Ah, da wollte wohl jemand ebenfalls beachtet werden. Etwa eine halbe Stunde lang, als Wolf kam ihm sein Zeitempfinden fast vollkommen abhanden, krabbelte Tonks hin und her, um ihre beiden neuen tierischen Freunde zu verwöhnen. Zwischendurch schien sie ein bisschen irritiert darüber zu sein, ob das nicht auch zu den Sachen gehörte, derer sie sich gehörig schämen würde, sobald sie wieder groß war. Doch sie konnte weder noch Moni's sanften Knurren. Irgendwann wurde es Tonks allerdings langweilig, sie kletterte auf Sirius' Rücken und ließ sich eine Weile von ihm durch den Raum tragen. Remus wehrte sich gegen diese Idee, ein Werwolf war doch kein Pferd. Dafür machte er sich absichtlich vollkommen lächerlich, als er und Sirius vor einer grinsenden Tonk saßen, Krimassen schnitten und sie gegenseitig liebevoll Tonks zuerst angeschlafen war. Er selbst jedenfalls lag die ganze Nacht wach und passte auf die beiden auf. Wie man es als Familienvater ebenso macht. Wenn Tonks so klein blieb, hätte sie mit ihm und Sirius auf jeden Fall nicht die schlechtesten Patenonkel und für die Zeit, in der das Hauptquartier noch geschlossen blieb, würden sie beide vermutlich voll und ganz in ihrer Aufgabe als Ersatzeltern aufgehen. Nach der Rückverwandlung stammte Remus sich schnell Decken und Kissen, legte sich damit auf den Boden neben Sirius, zog Tonks in seine Arme und schlief endlich ein. Nur um kurze Zeit später von lautem Gelächter geweckt zu beharden. Albus Kingsley Müde und geschafft von der Kinderbelustigungen in der vergangenen Nacht brauchte Remus ein bisschen, bis er die zwei Männer erkannte. Wolltest du nicht erst in ein paar Tagen kommen? fragte den Schulleiter dann leise, um Sirius und Tonks nicht zu wecken. Hund und Baby schliefen immer noch friedlich, was sie sich auch rediglich verdient hatten. So lautete der Plan, ja, bis Kingsley in Hogwarts auftauchte und völlig panisch erklärte, dass einer seiner Verdächtigen gestanden habe, bei der Festnahme Tonks mit einem Fluch getroffen zu haben. Ich muss gestehen, ich habe vorher nicht einmal mehr daran gedacht, dass ihr ja gerade zu dritt hier seid und danach habe ich mich gefragt, warum ihr mir keinen Patronus schickt. Remus kratzte sich am Hinterkopf. Ja, warum hatten sie keinen Patronus geschickt? Irgendwie war es schön, gestand er. Vielleicht könnte Sirius und er ja ein Kind adoptieren, wenn der Krieg vorbei und Sirius freigesprochen wäre, aber nein, kein Kind würde einen Werwolf als Vater haben wollen. Albus lächelte sanft, und seinen Augen stand mehr Verständnis, als Remus lieb war. Ahnte der Schulleiter etwas von ihrer heimlichen Beziehung? Wie auch immer, Kingsley hat Severus informiert, dieser einen Gegentrank gebraut und hier sind wir. Weck die beiden doch bitte auf, damit Tonks wieder sie selbst werden kann. Eine Stunde später entschuldigte sich eine wieder erwachsene und rot angelaufene Tonks bei Remus für die Aktion mit dem Bananenbrei, bevor sie Sirius durch das ganze Haus jagte, immer wieder laut rufend Ich bin nicht in Remus verliebt, du Volltrottel! Einen Tag später fragte Tonks die beiden Männer, warum sie halbnackt und in Sirius Fall auch noch nass an jenem denkwürdigen Morgen in ihr Zimmer gestürmt wären. Nach einer kurzen nonverbalen Diskussion beschlossen sie, Tonks einzuweihen. Sie freute sich ehrlich für die beiden und bestand darauf, Remus Trauzeugin zu sein, wenn er und Sirius ehemals heirateten. Ein halbes Jahr und ein Monat später gelang es Remus als ersten Werwolf überhaupt, sich ohne Vollmond zu verwandeln. Er sprang Bellatrix Lestrange an, als dieser gerade seinen Geliebten töten wollte. Bellatrix überlebte den Angriff, schulperte jedoch in den Bogen des Todes und verschwand. Zweieinhalb Jahre später entdeckte der Krieg. Kaum hatte man Voldemorts Leiche aus der grossen Halle geschafft, ging Sirius vor Remus auf die Knie. Drei Monate danach heirateten sie. Tonks wurde Remus Trauzeugin wie gewünscht, durfte jedoch nicht das Kissen mit den Ringen festhalten. Das erledigte Harry als Sirius Trauzeuger. Einen weiteren Monat später adoptierte Remus Lupin Black und Sirius Lupin Black Harry James Potter von nun an als Potter Lupin Black. Gleichzeitig bekam Harry eine kleine Schwester. Ihre Eltern waren im Krieg gefallen. Esmeralda Lupin Black kam natürlich nach Gryffindor und brachte gemeinsam mit Teddy Tongs Weasley die Lehre zur Verzweiflung.